Presse-Training mit Manuelsen, Bösemann, Amar, Ayuni, Lorena und dem Rest. Oh, also bei der Rechten, die Rechte kommt zu kurz, die Rechte kommt definitiv zu kurz. Ah, die Rechte kommt zu kurz. Darauf müsst ihr selber echt aufpassen bei euch. Wenn ihr eine Rechte schlagt, bumm, bumm, ihr dürft nicht hier aufhören. Also es kann nicht sein, dass der Jab hier vorkommt, der Jab kommt hier hin und die Rechte kommt nur hier hin. Die Rechte muss komplett durchrotiert werden. So wird er auf keinen Fall eine Rechte oder so treffen können und da hat er leider auch nicht die maximale Kraft. Er könnte deutlich mehr Schlagkraft entwickeln, wenn er die richtig rein rotiert und ausstreckt. Drei Schläge auf die Pratze, das ist das ganze Presse-Training? Das sagt so aus, dass du mit kurzen Haken das Ganze hier beenden möchtest. Deine Schnee war kurz, präzise und sagt, was ist dein Kampfstil aus? So, Mann. Muss auch, Sack. Sieht man doch alles. Okay, er wird sich keine Prognose haben. Hui, also ich hoffe wirklich. Schau mal, ich sag euch ehrlich, ich hoffe, er hat wirklich auch an seiner Ausdauer gearbeitet. Ausdauer wird ein großes Ding sein. Es ist zwei, drei Schwinger zu schlagen und dann zu hoffen, dass der Gegner Knockout geht. Das wird nichts. Das wird auf jeden Fall so nichts werden. Besonders in den ersten ein, zwei Runden wird es ein knackiges Ding werden. Wenn er da nicht vernünftig Ausdauer hat, gegen den großen, schweren Manuelsen. Boah, das wird sehr, sehr kritisch. Weil ich glaube halt, das Ding ist, ich sag euch ehrlich, ich glaube halt nicht, dass böse Mann boxerisch, also im reinen Boxen, die Technik hat, um vernünftig zu meiden, Distanz zu überbrücken und gute, lange Treffer zu schlagen. Ich denke halt, er muss halt wirklich einen ekelhaften Kampf liefern, um eine Chance zu haben. Sprich, er muss wirklich rein, nah an den Mann und dort viele harte Hände in der Innendistanz schlagen. Gegen den Körper, Aufwärtshaken, Overhands, zu dem Kopf irgendwie so. Und da muss er wirklich Kondition haben, weil er wird viel arbeiten müssen. Und wenn er diese Kondition nicht hat, dann, ich sag euch ehrlich, dann weiß ich nicht, ob es für die erste Runde reichen wird. Und das war alles sehr viel nach Körperhöhe, wenn man das gelesen dürfte, hat das was mit deinem Gameplan zu tun? Hast du einen Gameplan, oder? Ich hab einen Gameplan, natürlich. Wir haben einen Gameplan, ich hab ihn geplant. Ich hab mich panisch. Wie gesagt, am Samstag ist Judging Day. Du bist so eine fürchterliche Halbe gelaufen, klein drauf und hast dabei einen ziemlich coolen, ruhigen Putz gehabt, das würden sehr wenige der Probysportler aushalten. Das ist ein Berg, oben ist die Burg und ich hab mir sozusagen als Ziel gesetzt, die Burg unter den Berg zu erklimmen. Und nach kürzester Zeit, am Anfang hab ich 36 Minuten gebraucht und der letzte Lauf war bei knapp 12, 13 Minuten so aus. Sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Es ging steil den Buckel hoch und genauso steil auch den Buckel wieder runter. Ich bin konditionell in Form, auf jeden Fall. Ich bin gut vorbereitet. Ja, das will ich hoffen, wie gesagt, ja. Also ich hoffe, er ist auf jeden Fall fit, weil sonst könnte das ein sehr, sehr schnelles Ding werden. Fünf Runden darf man nicht unterschätzen. Klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber wenn man einmal im Ring steht und fünf Runden kämpfen muss, das wird viele überraschen. Manuelsen hab ich ja schon mal beim Training zugesehen. Wir haben auch ganz easy eine Runde Sparring miteinander gemacht, deswegen weiß ich ganz genau, wie er drauf ist. Und ich sag euch ehrlich, Manuelsen ist sehr gut. Manuelsen bewegt sich verdammt gut. Manuelsen boxt echt sehr, sehr sauber. Im Sparring mit mir und Manuelsen haben sich ein paar Leute, also in dem Video haben ein paar Leute ein bisschen kritisiert. So, hey, Manuelsen ist sehr träge, bewegt sich nicht so schnell, alles drumherum, ne. Was die meisten aber nicht wissen, was wir auch nicht so gesagt haben, da hat Manuelsen schon eine Stunde Training absolviert, bevor wir das Sparring gemacht haben. Der hat dieses Treibsand, haben wir das früher einmal genannt, der hat auf dieser Matte, also auf der großen Turnmatte, hat er Sandsacktraining gemacht. Fünf Runden waren das, glaube ich, fünfmal drei Runden oder so. Und direkt danach haben wir unser Sparring gemacht. Bedeutet, seine Beine waren komplett tot von diesem Training auf der Matte, auf der, hier, ihr wisst, was ich meine, die dicke Matte. Und danach hat er erst Sparring mit mir gemacht, deswegen seine Beine waren richtig kaputt. Also, er ist deutlich fitter, als die Leute es wahrscheinlich ihm jetzt zutrauen und denken aufgrund von unserem kleinen Sparring. Sofian meinte, Manuelsen hat keine gute Deckung. Digga, der Typ ist zwei Meter groß. Wenn du zwei Meter groß bist, kannst du ein bisschen, was deine Deckung angeht, entspannen, sage ich mal. Weil einfach nur ein bisschen den Kopf nach hinten und du schaffst gefühlt zwei Meter Abstand zwischen dir und dem Gegner. Also, dieses ganze Thema, diese ganzen Klugscheißer, sorry, ich muss das jetzt mal aber wirklich loswerden, hat jetzt nichts mit Manuelsen oder sowas zu tun. Aber es gibt so Klugscheißer, die immer nur kommen so, höh, seine Deckung, wo ist seine Deckung? Er hat seine Hände nicht oben, er hat seine Deckung nicht oben, er muss, Hände darf man nicht fallen lassen. Ey, Bullshit! Habt ihr schon mal gesehen, wie zum Beispiel kubanische Boxer kämpfen? Die haben ihre Hände permanent unten. Die haben gar keine Deckung. Die haben die Hände immer unten. Und boxen so. Nur, weil man in einem gewissen Teil der Welt, beispielsweise in Deutschland, einfach Doppeldeckung und auf den Gegner zu trainiert, und das ja der Boxstil ist, der besonders hier in Deutschland beigebracht wird, heißt es nicht, dass andere Stile, die auf der Welt trainiert werden oder die viele einsetzen, falsch sind oder nicht funktionieren. Kubaner mit die besten Boxer der Welt boxen generell fast komplett ohne Deckung. Alles mit Hände unten, Oberkörper beweglich, Beinarbeit beweglich, damit sie schnell aus der Hüfte heraus die Hände schießen und kontern können. Das ist alles immer ein bisschen so eine miese Klugscheißerei einfach von den Leuten, die nicht allzu viel Plan haben und dann immer über das Thema Deckung dann reden wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schaut euch einfach mal seine Schlagtechnik an. Schaut euch mal an, wie sauber der Jeb kommt. Also wirklich, Manuelsen boxst sehr gut und sauber, ehrlich. Kein Spaß für einen Mann von seiner Größe, von seiner Statur. Glaubt mir, glaubt mir. Glaubt mir, glaubt mir. Ja, ich sag euch ehrlich, ich sehe gar keine Möglichkeit eigentlich, wie böse man diesen Kampf gewinnen könnte. Ich bin wirklich ehrlich. Ich sehe halt wirklich, ich sehe absolut keine Möglichkeit, tut mir ehrlich leid. Man soll niemanden unterschätzen, das ist alles drumherum, ihr wisst. Aber ich sehe einfach keine einzige Möglichkeit, wie böse man das Ding gewinnen kann. Ja, die einzige, wirklich die einzige Möglichkeit ist ein Schwinger Lucky Punch und realistisch gesehen, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich alles auf Manuelsen setzen. Persönlich, ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Mag sein, dass ich daneben liege, aber...